Mai. Ich muss fairerweise sagen, ich habe für Mai nie viel übrig gehabt. Ich fand Mai jetzt nicht so einen spannenden Charakter. Ich fand diese ganze Interaktion mit Joy immer so, ja mein Gott. Ich habe immer auch das Gefühl gehabt, dass Mai auch mal viel zu alt war für alle anderen. Vielleicht auch nur mein Gefühl. Aber Harpien sind irgendwie cooles Themenwerk, obwohl ich diese halben Nackenfrau nicht ganz so feier habe. Ich finde das Themenwerk selber gar nicht so verkehrt.